Äh, quatsch. Äh, quatsch. There? Oh, so, yeah. There? Oh, so, yeah. There? Oh, yeah. Oh, yeah. Nö. Siehst du schon was? 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 Siehst du schon? Siehst du schon was? 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geil, äh, okay, pass auf, bei mir hängt jetzt gerade irgendwie das Spiel, ich muss mal neu starten, glaube ich Was für Minen, so Personal, meins? Nicey nice Muss ich das gar mit Task Manager beenden Alter, und eine SWD war aber nicht drin Alter, wer stopft denn so viel Loot in so'n, in so'n Gebüsch? Krass Und unser Freund hier hat auch noch was dazu gelernt Ja Genau Eine Wind Eine Wind-Situation praktisch Ja, langfristig bestimmt Ja, ich hab auch noch ein bisschen Platz Hat er gescheite Kisten, oder hat er Holzkisten hingestellt? Ja Früher war halt alles besser So Ich soll das aufnehmen was da rumliegt Ja Ja, das im Quad kann ja im Quad bleiben, oder? Ja Das im Quad kann ja im Quad bleiben, oder? Das im Quad Der war wahrscheinlich fleißig am Airfield Looten Aber wahrscheinlich nicht so viel rum Ja Jetzt ist sie verschwunden Da ist irgendein Gebüsch oder sowas Die liegt da Oder sie ist unter das Auto gepackt Oder so Ah, da ist sie Gutes Stück Ja So Hey Leute, wo seid denn ihr übert? Wir haben jetzt gerade westlich vom Airfield so zwei kleine Basen ausgenommen Ja, okay, viele Pistolen halt Ähm, wo vom Airfield? Das ist fett Das ist fett Das ist fett Ui Also polizei Auto ist auch schon in der Base Ja, ich hab schnell mit Holly das gemacht Okay,ikes